Hallo liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks. Das Jahr 2023 ist noch nicht wirklich alt und steht der nächste Patch ins Haus 1.20.1. Aber dieser Patch, obwohl das Jahr noch nicht so alt ist, hat Potenzial der größte Patch oder mit einer der größten Patches für dieses Jahr zu werden. Die Änderungen, die Neuigkeiten sind sehr sehr umfangreich. Wir werden hier im Video einen ersten Blick darauf werfen, wir werden auch einen Blick in die Garage werfen. Gameplay wird es leider nicht geben. Ich habe versucht mit dem neuen Premium Panzer eine Runde zu fahren. Ich habe 20 Minuten lang versucht ein Gefecht zu bekommen. Ich habe keins bekommen. Aber gut, was soll's. Wenn ihr den Testsurfer selber spielen wollt, dann schaut unten in die Videobeschreibung. Ich verlinke euch den Artikel, dort könnt ihr alles nachlesen und euch dort auch den Client für den Testsurfer runterladen. Starten wir mit dem Infovideo von Wargaming. Dort sind die wichtigsten Änderungen erstmal grob zusammengefasst. Aufs Wesentliche werde ich dann auch nochmal in der Garage eingehen. Ein neuer Zweig. Neue Vorteile. Ansturm. Das Abonnement World of Tanks Plus. Sammlungen. Späheinsatz mit brandneuem System von Zufallsereignissen und dynamischer Deckung im Gefecht. All dies kommt in Update 1.20.1. Macht mit beim öffentlichen Test. Ihr könnt zu den ersten gehören, die alles selbst sehen, was wir jetzt vorstellen. Vieles, was wir hier sehen, ist auch in dem Teaser-Video Ende 2022 auch schon angekündigt worden. Mich überrascht es persönlich, dass wir jetzt schon den Tech-Tree für die japanischen Jagdpanzer bekommen. Wargaming gibt mittlerweile, auch bei früheren Tech-Trees schon, die neu eingeführt wurden, ziemlich Gas. Das heißt, zwischen der Ankündigung und der Einführung ins Spiel liegt mittlerweile nicht mehr so viel Zeit. Begrüßt die japanischen Jagdpanzer. Diese schweren Jagdpanzer brauchen keine Tarnung. Ich finde den Satz geil. Sie brauchen keine Tarnung. Ja, sie sind halt groß und fett. Es sind keine klassischen Jagdpanzer, die hinten im Busch stehen, sondern wir werden es sehen. Und wir wissen es ja auch schon durch die ganzen Supertest-Ankündigungen. Das sind Kämpfer auf mittlere bis kurze Distanz. Sie haben neben der robusten Form auch dicke Panzerung und mächtige Marinegeschütze. Von Stufe 5 bis 7 erwarten euch vielseitige Fahrzeuge auf Basis mittlerer und schwerer Panzerfahrwerke. Das Stufe 8 Fahrzeug hat zwei Geschütze unterschiedlicher Kaliber zur Auswahl. Gleiches gilt für das Stufe 9 Fahrzeug. Hoher Schaden oder bessere Genauigkeit? Ihr habt die Wahl. Oben an der Spitze wartet der Hori 3. Aussehen und Spielweise erinnern an den Jagdpanzer E100 mit kleinerem Kaliber. Das 149mm-Geschütz kombiniert vernichtenden Schaden pro Schuss mit hervorragender Durchschlagskraft und guter Geschützhandhabung für das Kaliber. Ja, also ich würde sagen, im Low-Tier-Bereich vielleicht noch klassischere Jagdpanzer. Später dann sind es einfach die fetten Heat- und Arty-Opfer. Ich bin sehr gespannt, wie die sich spielen werden, wie es Wargaming schafft, solche fetten Fahrzeuge ins Spiel zu balancen. Ich muss fast selber da über diesen Satz gerade lachen. Ich sag mal so, wir kennen alle, was mit den japanischen Heavies passiert ist. Gerade auf Tier 10 waren sie lange Zeit OP, dann sind sie zu Tode genervt worden. Auf den anderen Tierstufen spielen sie im Grunde auch kaum noch eine Rolle am Anfang. Gerade der UI auch problematisch, mittlerweile auch eigentlich auch nicht mehr wirklich relevant. Ich bin gespannt, ob Wargaming das bei den japanischen TDs besser hinbekommt, diese fetten globischen Kisten mit ihren dicken Kanonen irgendwie brauchbar ins Spiel einzufügen. Ich habe dezente Zweifel, aber lassen wir uns hoffentlich eines besseren belehren, wenn die Fahrzeuge mit 1.21 ins Spiel kommen. Dazu erlaubt die Panzerung das Potenzial des Geschützes auszunutzen, ohne im Gebüsch zu hocken. Eine angenehme Jagd erwartet euch mit dem Hori-Zweig. Damit all diese neuen Panzer in eure Garage passen, könnt ihr jetzt Stellplätze mit Kreditpunkten kaufen. Das finde ich ziemlich cool, muss ich sagen. Auf der anderen Seite muss man aber auch erwähnen, dass in den letzten Jahren Wargaming so inflationär mit Garagenstellplätzen um sich geht. geworfen hat, dass wenn man ein Spieler ist, der regelmäßig Geld ins Spiel investiert, eigentlich keine Probleme mehr mit Garagenstellplätzen haben sollte. Dass man sie jetzt zusätzlich nicht mehr für Gold, sondern für Credits kaufen kann, ist einfach ein Entgegenkommen an die Free-to-Play-Spieler. Auch wenn natürlich 250.000 Gold, so wie es hier angegeben ist, immer noch eine ganze Menge ist, die man sich erstmal erspielen muss. Die zweite große neue Funktion sind die überarbeiteten Besatzungsvorteile. Jetzt funktioniert jeder Vorteil sofort, auch wenn er nur auf 1% ausgebildet ist. Der Effekt wird dann minimal sein, mit weiterer Ausbildung aber stärker werden. So ist Waffenbrüder immer nützlich. Die Hauptspezialisierung betrifft jetzt alle Vorteile und stärkt ihren Effekt. Das bedeutet, dass Nahrungsmittel als Verbrauchsmaterial und verbesserte Lüftung alle Vorteile etwas effektiver machen. Als angenehmen Bonus erhalten Besatzungsmitglieder keinen Malus auf EP, wenn sie am Ende des Gefechts verletzt sind. Das ist eine ziemlich coole Änderung, also einerseits mit den Verbrauchsmittel und der Lüftung, aber auch dieses Thema mit den verletzten Besatzungsmitgliedern. Ich glaube, dass es nicht allen bewusst ist, dass bisher, wenn ein Besatzungsmitglied nicht durch ein Medikit wieder zum Leben erweckt wurde, dass es keine Erfahrungspunkte bekommt. Dass sie das jetzt rausnehmen, finde ich gut. Und es ist natürlich insofern nicht ganz realistisch, aber derjenige, eigentlich hat er insofern eine Erfahrung gemacht, dass er vielleicht beim nächsten Mal nicht sterben sollte. Okay. Also, wir werfen gleich noch einen Blick in der Garage, einen ersten Blick darauf. Ich überlege, ob ich höchstwahrscheinlich mal detailliertes Video alleine zu den Crew-Änderungen machen muss, sonst wird das Video hier einfach zu lang. Da kommt gleich noch mehr. Aber allein diese Änderung hier, dass Brandbekämpfung nur noch auf dem Funker drauf sein muss, klingt im ersten Moment sehr, sehr praktisch. Aber, ich muss das ein bisschen langsam, sonst kocht es bei mir schon wieder. Wenn man bedenkt, wie viele Panzer Crew-Layouts haben, die noch nicht mal einen eigenen Funker haben, bedeutet das am Ende, dass das Besatzungsmitglied, in Klammern, das meistens dann der Kommandant ist, auf dem die Funkereigenschaften sind, noch mal einen Perk zusätzlich lernen muss. Wenn man bedenkt, was hier jetzt noch anderweitig passiert, unabhängig von diesem kleinen Fakt, werden wir gleich noch sehen, was das insgesamt überhaupt für die Mannschaften und für die Perks bedeutet. Aber dazu gleich noch mehr. Alle anderen Besatzungsmitglieder wird der Vorteil zurückgesetzt. Ihr könnt die EP neu verteilen. Es wurden auch neue Vorteile hinzugefügt. Entdeckt ihre Effekte und erstellt euch die Besatzung eurer Träume. Es wird leichter, alles zu überblicken, wenn ihr die Vorteile in drei Kategorien unterteilt. Gruppenvorteile, Vorteile für einen Besatzungsmitglied und Vorteile mit situativen Effekten. Boni der letzteren Kategorie sind nicht immer aktiv, nur wenn die speziellen Bedingungen im Gefecht erfüllt sind. Vorteile mit situativen Effekt haben eine eigene Gefechtsoberfläche. Damit seht ihr, wann sich ein Vorteil aktiviert. Ihr könnt diese Optionen in den Spieleinstellungen aktivieren und deaktivieren. Um Vorteile übersichtlich zu halten, werden Spieler im Wertefenster informiert, wie Vorteile die Fahrzeugwerte beeinflussen. Beschreibungen und Tooltipps für Vorteile wurden auch überarbeitet. Mehr über die neuen Vorteile erfahrt ihr im separaten Artikel auf unserer Website. Der separate Artikel ist zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht verfügbar. Wenn ihr das Spiel betretet, erhaltet ihr kostenlos zwölf Umschulungsbefehle. Experiment. Diese zwölf Umschulungsbefehle, da gab es unter den CCs schon sehr viel Kritik Richtung Wargaming, dass das viel, viel zu wenig ist. Wargaming hat das hoffentlich gehört und wird dann mit der Einführung des Patches mehr Umschulungsbefehle zur Verfügung stellen. Weil ganz im Ernst, zwölf Stück, für die, die wirklich viel spielen und seit langer Zeit spielen, ist das nichts. Das ist, das ist, also ich meine, das zwölf Mannschaften, really? Okay, das ist wirklich nicht viel. Die Hauptänderung, die wir testen wollen und die ihr euch ansehen solltet, sind die Modifikatoren. Diese werden bestimmte Fahrzeugwerte für Ansturm ändern, um zusammen mit den überarbeiteten Rollenfertigkeiten die Fahrzeugauswahl und Spieltaktiken breiter zu fächern. Eure Teilnahme bei Ansturm im öffentlichen Test hilft uns zu entscheiden, ob diese Änderungen in Zukunft beibehalten werden. Ich habe Ansturm nie gespielt. Für mich wirkt es so, dass sie es in irgendeiner Form attraktiver machen wollen und vor allen Dingen, dass sie einfach durch diese Modifikatoren und diese Rollenüberarbeitung irgendwie die Spieler dazu bringen wollen, nicht immer die gleichen Meta-Fahrzeuge zu spielen, sondern dass auch nicht unbedingt Fahrzeuge, also Fahrzeuge, die nicht unbedingt so krass Meta sind, trotzdem in diesem Modus gespielt werden, damit halt mehr Vielfalt herrscht. Vielleicht sollte sich Wargaming eher fragen, warum es denn immer nur im Tier-10-Bereich auf ein paar wenige Fahrzeuge hinausläuft, anstatt irgendwelche Modifikatoren dann in diesem Modus zu bringen, damit die Varianz der gewählten Fahrzeuge größer wird. Stattdessen sollten Sie vielleicht mal eher darüber nachdenken, Fahrzeuge insgesamt alle in irgendeiner Form ausgeglichener zu gestalten, als mit solchen Spielereien anzufangen. Auch wenn es jetzt hier nur um einen Spiel-Event-Modus geht, ist es durchaus ein Thema, was man global für World of Tanks diskutieren kann. Sammlungen umfassen alle eure externen Elemente, die ihr im Battle Pass gesammelt habt. Für die Vervollständigung von Sammlungen der aktuell aktiven Saison erhaltet ihr zusätzliche Marken für den Battle Pass, bis zu drei pro Saison. Ihr erhaltet hier auch Zugang zu Geheimmaterial, das die Charaktere der Saison näher vorstellt. Ihr müsst nichts extra machen, um die Sammlung abzuschließen. Ihr schreitet einfach durch die Saison fort und sammelt dabei die Anpassungselemente. Zu Battle Pass und beziehungsweise zu diesen Sammlungen habe ich schon in dem Battle Pass Video, was ich gemacht habe, vor ein paar Wochen was gesagt. Ich verlinke euch das nochmal mit oben in der Infokarte. Es ist einfach für die, die viel spielen, nochmal eine extra Belohnung, einfach an mehr Marken zu kommen, um dann schneller sich die entsprechenden Belohnungspanzer in die Garage stellen zu können. So, ich mache mal kurz Pause, bevor wir uns das Thema zu WOT Plus angucken, beziehungsweise schon mal ein paar einleitende Worte. Es ist ein zusätzliches Abo, was man abschließen kann. Es wird Geld kosten, wie viel, werde ich gleich sagen. Und es wird diesen Tier 8 amerikanischen Doppelrohrpanzer geben, den man als Mietfahrzeug in die Garage bekommt, solange das Abonnement läuft. Wenn man also irgendwann keinen Bock mehr auf WOT Plus hat, dann verliert man auch das Fahrzeug. Es gibt noch ein paar andere Vorteile. Das Fahrzeug ist nicht das einzige. Im Grunde ist es eine weitere Ebene, eine Art weitere Premium-Account-Ebene, möchte ich es mal nennen, um einfach zusätzlich das Spiel zu monetarisieren. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, inwiefern Wargaming in den letzten Jahren auch angefangen hat, Premium-Spielzeit in den verschiedensten Sachen inflationär ins Spiel reinzugeben, ist es im Grunde ein logischer Schritt, eine zusätzliche Ebene einzuführen, mit dem wieder mehr Geld generiert werden kann, weil halt Premium-Spielzeit für sich gesehen nicht mehr diesen Monetarisierungsfokus besitzt, sondern wenn man, wenn man einen Grundstock an Geld ins Spiel investiert, man mit so viel Premium-Spielzeit gesegnet ist, sei es durch Lootboxen, sei es durch Battle Pass etc., dass es kaum noch Leute gibt, wobei das ist vielleicht falsch, aber dass es viele Leute gibt, ich formuliere es mal andersrum, dass es viele Leute gibt, die eh regelmäßig Geld ins Spiel investieren, die so viel Premium-Spielzeit haben, dass sie nie dediziert Premium-Spielzeit kaufen müssen. Und deswegen geht Wargaming halt damit über, jetzt eine weitere Ebene reinzuziehen, ja, damit halt wieder Leute in irgendeiner Art Abo-Modell Geld investieren. Im öffentlichen Test könnt ihr auch die Vorteile unseres neuen Abonnements prüfen. World of Tanks Plus, ein monatliches Abonnement, das viele Vorteile bietet. Bis zu 500 Gold im Artikel ist, glaube ich, wir gucken da nochmal rein, aber nicht genau erklärt, was das bedeutet, ob man pro Gefecht eine gewisse Menge an Gold bekommt. Ich vermute mal, es wird so laufen, deswegen halt auch bis zu 500 Gold. Das bedeutet im Monat, vier Wochen, also 2000 Gold. Wenn man jetzt gleich sehen wird, was das WOT Plus kostet, ja, kriegt man im Grunde mehr oder weniger allein schon durch das Gold das Geld wieder, also wieder, plus halt die anderen Boni. Und ich habe ja letztens mal im Livestream gesagt, Wargaming gibt mir die Möglichkeit, mehr Karten auszuschließen, ich bezahle auch dafür. Und tatsächlich gibt es hier in diesem Abonnement, das ist die Möglichkeit, eine dritte Karte auszuschließen. Das heißt, wenn ihr Premium-Account habt, plus dieses WOT Plus-Abonnement, könnt ihr bis zu drei Karten ausschließen. Ja, ob mir das jetzt persönlich am Ende das Geld wert ist, muss ich für mich natürlich noch entscheiden. Ich finde das an für sich recht gut, weil es gibt genug Karten, auf die habe ich einfach keine Lust. Premium-Konto für World of Tanks könnt ihr drei Karten ausschließen. Kostenloser Ausbau von Zubehör, auch verbessertes Zubehör. Also gerade hier bei dem Bond-Equipment ist das natürlich unheimlich wertvoll, weil wir wissen ja, Bond-Equipment auszubauen kostet 200 Bonds. Das ist schon eine ganze Menge, das überlegt man sich dann schon. Und von daher nicht schlecht. ...nicht für experimentelles Zubehör der Stufe 2 und 3. Die Möglichkeit, eine ausgewählte Besatzung auszubilden, ohne das Spiel zu betreten. Nur ein paar Klicks, dann erhält die ganze Besatzung zusätzliche EP, solange das Abonnement aktiv ist. Der Bonus kann unbegrenzt zwischen Panzern umgestellt werden. Und den Stufe 8 Premium-Mietpanzer TS-54. Geschützneigung, Panzerung und zwei Geschütze stehen euch zur Verfügung. Spielt ihn und genießt dabei, Kreditpunkte zu verdienen und amerikanische Besatzungen auszubilden. Wie gesagt, ich habe versucht, eine Runde zu bekommen. Ich habe 20 Minuten lang versucht, ein Gefecht zu kriegen. Es ist Testsurfer. Die allermeisten fahren dort nur Tier 10. Ich habe keine Runde in dem Achter bekommen. Ich werde es die nächsten Tage noch weiter versuchen. Und dann gibt es vielleicht auch noch Testsurfer-Gameplay mit diesem Mietfahrzeug. Beziehungsweise Abonnement-Mietfahrzeug. Und zuletzt noch eine neue Funktion, die ihr vielleicht schon gesehen habt, aber jetzt erst ausprobieren könnt. Im Späheinsatz könnt ihr Karten ausprobieren, die sich mitten im Gefecht ändern. Zufallsereignisse treten auf einigen Karten ein, wie abstürzende Flugzeuge, Schiffswracks oder ankommende Züge. Jedes Event ändert die Situation der Karte. Sie blockieren Schussbahnen und ermöglichen neue Taktiken. So könnt ihr beispielsweise danach sicher an Orte gelangen, an denen ihr zuvor ins Kreuzfeuer geraten werdet. Das macht das Spiel vielseitiger. Auch für Veteranen, die schon alles kennen. Kurz vor Eintritt des Ereignisses wird der betroffene Bereich rot gefärbt und eine Zeitanzeige erscheint, damit ihr den Bereich sicher verlassen könnt. Anderenfalls wird euer Fahrzeug zerstört. Ihr könnt jetzt auch dynamische Deckung machen. Zufallsereignisse. Also, jetzt kann man eigentlich schon mal den Aluhut auspacken, denn Zufallsereignisse. Wie gesagt, packt den Aluhut aus. Ich sehe es schon demnächst, dass keine Kritik mehr oder weniger Kritik darüber kommt, dass man mit unfähigen Leuten in eine Runde gematcht wird oder dass der RNG wieder gegen einen ist, wenn es um Durchschläge oder um Treffer geht. Nein! Wir haben die nächste Stufe, das sehe ich jetzt schon, das wird 100 pro passieren, wir haben die nächste Stufe der Aluhut-Fetischisten erreicht, die natürlich jetzt anfangen werden, sich darüber aufzuregen, dass das Zufallsereignis natürlich genau dann kommt, wenn sie da in einer perfekten Position stehen, beziehungsweise ich hole den Aluhut mal selber raus. Da steht gegenüber ein Hold-Down-Monster, was ich so nicht durchschlagen kann. Und Wargaming denkt sich, hey, den hole ich jetzt aus der Deckung. Wozu hat er denn den Vorteil, Hold-Down zu kämpfen? Ich hau da einfach ein Zufallsereignis mit einem abstürzenden Flugzeug drauf, so dass ich dieser Hold-Down-Panzer bewegen muss. Ah, ich liebe es jetzt schon und ich sehe mich jetzt schon selber, mich darüber aufzuregen, über diese Zufallsereignisse, wie ich gefühlt vom Spiel bestraft werde, weil genau wenn ich gerade mal super stehe, ein Flugzeug, ein Zug oder weiß ich nicht was, Pinocchio vorbeikommt, oh, das wird bombig, ich sag's euch. Die Leute werden haten, haten, haten und andere werden drüber lachen. Das ist so geil. Das klingt jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen zynisch gerade von mir. An für sich, und das möchte ich auch noch mal kurz herausstellen, ich finde sowas an für sich gut. Ja, natürlich hat dieses Zufallsereignis Ding, wie gesagt, ein Geschmäckle. Der Aluhut liegt hier, wir müssen darüber nicht reden, aber an für sich ist es gut. Das bringt mehr Varianz ins Spiel, gerade auch diese Objekte, die man umherschieben kann. Ich meine, das ist schon ein Thema von vor acht Jahren oder so, als Wargaming da schon mal rum experimentiert hat. Ich bin der Meinung, man müsste noch viel, viel mehr dynamische Objekte beweglich machen im Spiel, beziehungsweise auch Sachen zerstörbar machen. Wie gesagt, über die Zufallsereignisse kann man im Sinne des Zufalls streiten, aber die Ereignisse an für sich sind cool. Gar keine Frage. Zufallsereignisse und dynamische Deckung sehen nicht nur spektakulär aus, sie eröffnen auch neue Möglichkeiten. In der Zukunft Ja, wir sehen es hier. Die Oberhand behalten, die solche Gelegenheiten auszunutzen wissen. Im Späheinsatz, während des öffentlichen Tests 1.20.1 Meistert neue Taktiken, trainiert Besatzungsvorteile, probiert die japanischen Jagdpanzer aus, spielt Ansturm, Späheinsatz, Zufallsgefechte und schaut ab und zu nach oben. Ja, wie gesagt, es ist sehr, sehr viel. Ob man das jetzt alles im Testsurfer alles testen will, muss, soll, sei mal dahingestellt. Aber wie gesagt, schaut in die Videobeschreibung, dort ist der Link drin, dort könnt ihr euch den Testsurfer runterladen und das Ganze in den nächsten Tagen auch selber ausprobieren. Ich bin jetzt hier auf dem Testsurfer und wir haben ja im Video gesehen, Besatzungsperks, werden überarbeitet, sie werden angepasst, es kommen neue dazu, sie starten ihre Eigenschaften schon bei ab 0% und nicht erst, wenn sie 100% erreicht haben, ja, also nicht, also alle mittlerweile, es gab ja auch vorher schon welche, aber mittlerweile dann alle. Das Ding ist, es ist ja angekündigt, dass es der erste Schritt der Crewüberarbeitung sein soll. So ist es, glaube ich, Anfang des Jahres angekündigt worden, das soll ja in drei Abschnitten passieren. Wir gucken jetzt nur mal hier auf meine E25-Crew. Warum gerade meine E25-Crew oder meine deutsche TD-Crew? Weil die von den Perks am weitesten ist. So, und ich habe ja vorhin schon im Video gesagt, dass es ja an für sich cool ist, dass man Brandbekämpfung jetzt nur noch auf dem Funker hat. Ja, aber hier haben wir, hier geht es direkt los, das Problem. Denn, wir gucken mal kurz drauf. Der Kollege hier hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Perks. Der ist also schon relativ weit. Rein theoretisch kommt jetzt mit Brandbekämpfung der siebte Perk dazu. Und es gibt ja auch noch neue Perks. Ich will jetzt hier im Video nicht so tief da reingehen. Da mache ich höchstens noch mal ein extra Video dazu. Weil das würde sonst den Rahmen des Videos sprengen. Aber nur mal im Überblick, was der, was der Kommandant alleine hier noch lernen kann. Da mögen sicherlich Sachen dabei sein, die sind nicht wirklich relevant. Ja, Igelei, ähm, Check of all Trades, Mentor, darüber kann man definitiv streiten. Aber es gibt ja noch mehr. Wie viel XP soll ich denn farmen mit der Crew? Also, Wargaming hat das Feedback schon bekommen, dass aufgrund dieser mehr, also höheren Anzahl an Perks, auch einfach die Anforderungen der XP pro Stufe also angepasst werden müssen, damit man auch überhaupt realistisch gesehen irgendwann mal die relevanten Perks auch alle haben kann. Ähm, wir gucken mal hier weiter. Das ist mein Fahrer. Das sieht im Grunde ähnlich aus. Hier sind es nicht ganz so viele beim Kommandanten. Ähm, es geht weiter mit dem Ladeschützen. Der hat theoretisch auch noch mal drei Perks, die er hier lernen könnte. Hat den, ähm, die Intuition noch gar nicht fertig. Also ihr seht, worauf ich hier hinaus will. Das ist aktuell in meinen Augen, ähm, recht problematisch. Da kann man nur hoffen, dass in diesen Schritten der Crew-Überarbeitung, die in diesem Jahr alle geplant sind, da noch irgendwie Anpassung kommen. Aktuell ist es meiner Meinung nach eine kleine Katastrophe. Machen wir am Ende noch einen kleinen Vergleich zum TS-54, dem Miet-Premium-Doppelrohr Amerikaner in dem WOT-Plus-Abonnement und vergleichen ihn mal hier mit dem Standard Tech-Tree-Doppelrohr bei den Russen im IS-22 und dem Premium 7032. Ich mache es hier ausnahmsweise mal in der Garage, weil zum Zeitpunkt der Aufnahme die Werte vom Testserver noch nicht bei Tanks GG gelistet sind und der TS-54 anscheinend auch noch mal einen kleinen Buff bekommt, denn ich habe kurz überflogen die Werte, die Motorleistung auf Tanks GG, daran ist es mir aufgefallen, ist dort noch in 1.20 mit 650 PS gelistet, ob auch andere Werte betroffen sind, habe ich jetzt nicht weiter überprüft, aber deswegen werfen wir hier mal einen Blick im Ingame-Vergleichstool darauf. Alphashaden 280 ist hier der schlechteste von diesen dreien, selbst der IS-22, der mit 300 schon einen relativ mäßigen Wert hat, ist hier doch nochmal ein bisschen besser, Durchschlagswerte 218 auf der Standard-Munition, auch da steht er am schlechtesten da, wir werfen mal hier einen Blick auf die Kanone, Premium-Munition 252 und das ist eine APCR, das ist schon ganz schön dünn, muss man sagen, wenn es wenigstens eine Heat-Granate gewesen wäre, weil die auf Distanz keine Durchschlagsleistung verliert, wäre das schon besser, ja, ist jetzt so nicht unbedingt zufriedenstellend, was das angeht. Standard ist okay, Durchschlag, Premium ist ein bisschen dünn. 8 Grad Gun-Depression, 20 Grad Gun-Elevation, damit ist er hier bei den Dreien der Beste, ja, ist jetzt auch nicht überraschend, das andere sind halt Russen, die jetzt nicht unbedingt mit Gun-Depression gesegnet sind, vor allen Dingen das 7032. Was wir hier natürlich jetzt nicht sehen, sind die Soft-Stats der Kanonen, das wäre schon mal spannend, weil wir wissen ja, das 7032 hat für den Heavy einen absolut krassen Wert bei den Soft-Stats, grundsätzlich aber 0,36 die Genauigkeit, 1,92 Sekunden die Einzielzeit, Achtung, das sind jetzt nicht die Stock-Werte, sondern das sind die Werte mit einer 100%-Mannschaft, Stock sind glaube ich zwei Sekunden, damit ist er hier, was die Werte angeht, der Beste von diesen Dreien, DPM-Technisch sehen wir es hier, 2190, dann ist er hier quasi der Zweitbeste, ganz knapp, nur hinterm IS-22, Objekt ist ein bisschen schlechter hier, kommt aber sicherlich auch dann deutlich mehr nochmal über die Panzerung, wobei es ein Heavy ist, sollte jetzt auch nicht so schlecht sein, 1500 Hitpoints, sind sie identisch, wir sehen, wir haben gerade über die Panzerung gesprochen, wir werfen dann gleich nochmal einen Blick bei Tanks CG rein, ich hoffe, dass sich am Panzerung nicht nochmal was ändert, 305 am Turm, 102 nominell an der Wanne, ist in Ordnung, beziehungsweise liest sich erstmal ganz gut, wobei man sagen muss, dass gerade die Seitenpanzerung am Turm, die beiden Russen hier besser dastehen. Gehen wir weiter, Mobilität, 40 vorwärts, 15 rückwärts, bei einem Leistungsgewicht von 16 PS pro Tonne, damit ist er hier auch der mobilste von den dreien, oder sagen wir mal der schnellste, bei den Drehfreudigkeiten identisch zum IS-22, aber daran sieht man trotzdem, es ist ein Heavy, er wird nicht super, super sportlich sein, Tarnwert, müssen wir auch nicht drüber reden, es ist ein Heavy, Sichtweite 380 Meter, das ist jetzt im 8er Heavy Bereich schon relativ gut, ja, die beiden Russen hier mit 350, natürlich erwartend schlecht, aber wir wissen natürlich auch, dass 83 nicht der Top Wert ist, was die Sichtweite angeht im Heavy Bereich, ich sage nur Renegade mit 400 Metern, aber trotzdem ist es glaube ich ein ganz guter, solider Wert, wie er nun performt, lässt sich auf dem Testsurfer nicht wirklich sagen, ich habe es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, ich habe erstens keine Runde bekommen und selbst wenn ich eine Runde bekommen hätte, wäre die höchst wahrscheinlich gegen Tier 10, wo alle nur mit Gold-Only spielen, ich glaube man kann erst wirklich bewerten, wie gut das Fahrzeug oder wie gut oder wie schlecht das Fahrzeug ist, wenn wir dann die Version live haben, also 1.20.1 und wir dort auch mal Runden fahren können unter der Voraussetzung, dass man halt dann auch ein WOT Plus Abo abschließt. Hier auch noch mal kurz die Übersicht zu dem WOT Plus Abonnement, im Video wurde ja schon gesagt, bis zu 500 Gold pro Woche, ich gehe davon aus, dass das ähnlich funktioniert wie dieser Credits Tresor, dass man halt schon Gefechte fahren muss, um dann halt dieses Gold zu bekommen, wie viel Gold man aus einem Gefecht bekommt, steht jetzt hier nicht da, aber insgesamt werden das dann 2000 Gold insgesamt in 4 Wochen, die man also einen Monat erfahren kann. Das Abonnement soll dann 8,10 Euro pro Monat kosten, also man bekommt im Grunde das, was man an Geld reinsteckt, grob in Gold wieder, der Rest an den Boni, die man halt über das Abonnement bekommt, ist dann quasi extra, das heißt der TS54, die Besatzungsboost, das Ausbau der Zubehör und die zusätzlichen Karten, die man ausschließen kann. Ja und das Video ist ein bisschen mit heißer Nadel gestrickt, muss man sagen, jetzt nach nochmal neu laden bei TanksGG ist mittlerweile, die sind die Werte für 1.21 für den Public Test gelistet, wir werfen mal kurz einen Blick auf die Softstats, auch die sehen hier relativ gut aus, wie gesagt, wundert euch nicht, wenn hier jetzt statt 0,36 0,38 steht, der Ingame-Garagen-Vergleich war mit einer 100%-Besatzung, hier sind es wirklich die reinen Stockwerte, die ich jetzt hier gelistet habe, aber auch das Gun-Handling, das war ja das Wichtige, was wir jetzt noch sehen wollten, sieht sehr, sehr gut aus, dafür, dass es ein schwerer Panzer ist, Fluggeschwindigkeiten übrigens auf der AP 878 und auf der AP CR 1098 Meter pro Sekunde, das ist auch nicht wirklich überragend, also da gibt es auch schon deutlich bessere Werte. Schauen wir auf das Panzerungsmodell, die Unterwanne effektiv 180 mm, nominell sind es 120, die Oberwanne nominell 101, effektiv durch den Winkel wären es 220 mm, das ist schon verdammt gut und wenn man jetzt den Turm betrachtet, alter Falter, also die Kanonenblende, 310 mm, alles darunter, alles andere, kannst du, das ist unpenetrierbar, also vielleicht hier oben mit einer guten Heat, aber der Turm dürfte, hat doch Weakspots, guckt mal, der Entfernungsmesser, hier links und rechts, ist quasi der Weakspot, darauf muss man zielen, hier gibt es ein paar Stellen, die haben 200 mm, aber selbst das, also ich meine, wenn das Ding gegen Sechser spielt, ist Hold Down, kannst du vergessen, fahr weg, fahr einfach weg, weil egal was du machst, du hast keine Chance, er hat immerhin Weakspots, aber der Turm an und für sich ist schon brutal und die Weakspots sind auch nicht wirklich groß, wenn man zwischen den Schüssen ein bisschen hin und her wackelt, sich ein bisschen bewegt, ist das schon extrem schwer zu treffen. Seitenpanzerung, effektiv so um die 65, mit der Shotpanzerung teilweise ein bisschen mehr als über 100, Turmseitenpanzerung, effektive Werte, so es schwankt so von vorne 200, ach Gott, hier vorne sind es über 300 mm, aber hier so 140, hier hinten auch 145 und die Heckwanne 43, der Turm, das Turmheck sind ungefähr 80, die Motorabdeckung hat 30 und das Dach vom Turm auch 30, also insgesamt ist das schon ein ganz schönes Panzerungsmonster, wenn man dann nochmal guckt, 16 PS pro Tonne das Leistungsgewicht und ein 40er Top Speed, ja, also fassen wir es kurz zusammen, das Teil wird im Grunde über die schlechte Premium-Munition gebalanced und vielleicht den etwas mäßigen Alpha für den Heavy auf der Tierstufe der Rest für den schweren Panzer sieht auf jeden Fall schon ziemlich stark aus, aber hier sind wir wieder bei dem Punkt, Wargaming muss ja irgendwie einen Anreiz bieten, um dieses WOT Plus Abonnement abzuschließen und ja, wir lassen das mal so im Raum stehen. Das Video ist lang, wir sind am Ende, es gibt wirklich sehr, sehr viel, was in 1.20.1 eingeführt wird. Ich habe ja nicht umsonst am Anfang gesagt, das könnte mit einer oder der größte Patch in diesem Jahr werden, obwohl wir gerade mal Ende März haben, aber wir wissen natürlich nicht, was Wargaming hier noch alles im Petto für das Jahr hat. Das mit dem Crew-Überarbeitung soll ja in mehreren Stufen passieren. Ich hoffe natürlich, dass da auch noch ein bisschen was gemacht wird. Die Kritikpunkte, die ich da gerade sehe, habe ich angesprochen. Wir bekommen den neuen japanischen Jagdpanzer-Checktree, wo ich so ein bisschen in Frage stelle, wie gut es Wargaming schafft, diese riesigen, ja, fetten Batzen irgendwie entsprechend zu attraktiv, ich sag mal attraktiv ins Spiel zu bringen. Wir kennen das von den japanischen Heavies, das ist genauso ein Problem. Es ist einfach ein riesiger fetter Klotz mit einer riesigen Kanone vorne dran. Entweder schießen sie halt übers Ziel hinaus oder die Dinger performen einfach nicht. Da müssen wir uns mal noch überraschen lassen. Auf dem Testsurfer kann man das ja nicht immer so richtig testen. WOT Plus, ich habe es ja auch schon gesagt, eine weitere Ebene der Monetarisierung, weil Wargaming ja auch in den letzten Jahren die Wertigkeit von Premium Account insofern abgewertet hat, dass es für Wargaminger als Unternehmen keine primäre Rolle mehr spielt in der Monetarisierung des Spiels. Für uns als Spieler ist natürlich der Premium Account immer noch wichtig, klar, aber ich glaube nicht, dass Wargaming einen Großteil seines Umsatzes mittlerweile noch über den Premium Account macht. Das ist sicherlich vor 5, 6, 7, 8 Jahren noch deutlich anders gewesen, aber um das vermute ich ein bisschen auszugleichen beziehungsweise um zusätzlichen Cashflow zu generieren, führen sie halt jetzt dieses WOT Plus Abonnement ein, auch weil das eben nur mit Euro gekauft werden kann und man nicht wie Premium Account den ja auch ingame für Gold sich holen kann, beziehungsweise halt über ganz viele andere Events ja immer noch die Premium Tage hinterher geschmissen bekommt. Die Zufallsereignisse habe ich auch schon angesprochen, da kann die Aluhut-Fraktion wieder sich eins abholen, beziehungsweise ist es an für sich ziemlich cool, habe ich irgendwas vergessen, Ansturm ist für mich persönlich nicht relevant, die Garagenstellplätze für Credits ist gut, ja und insgesamt bleibt mir jetzt bloß die Frage zu stellen, was haltet ihr davon? Also nicht mal so negativ, sondern es ist ganz schön viel. Schreibt mir einfach mal in die Kommentare, ich bin wirklich gespannt, was vor allem was vielleicht auch von diesen ganzen Sachen, die jetzt kommen, euch am meisten interessiert, ist es eher der TS54 mit dem Abonnement, sind es die Zufallsereignisse, sind es die Crewänderungen oder halt eben die japanischen TDs oder alles zusammen, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen, mein Dank geht wie immer raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer, namenlich genannt, GameOnFan, Kulle, Gorwin, Kirtano, Carbine, Baron und Rohrblitz und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos, macht's gut, ciao, ciao, euer oher oher oher